Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Froster XXL Show. Okay, eigentlich ist es erst die erste Folge, aber ja. Heute in meinem Studio ist, wer denkt ihr? Es ist natürlich niemand anderes als Yoda. Herzlich Willkommen Yoda. Was wollen Sie in der Froster XXL Show? Geduld, zu essen ist es an der Zeit jetzt für den Jedi. Äh, okay Yoda, wollen Sie jetzt nicht meine Frage richtig beantworten? Oder sollte ich mich doch ein wenig noch gedulden? Geduld, zu essen ist es an der Zeit. Okay, ich schätze Yoda möchte meine Frage nicht beantworten, ist auch wurscht. Ich möchte genauer wissen, was Sie dann essen wollen, Herr Yoda. Wurzelblätter. Okay, das klingt doch lecker. Darf ich mal probieren? Okay, dann probiere ich jetzt. Gutes Essen, hm? Gut. Boah, das ist ja hässlich, dieses Essen. Boah, das ist wie ein Schlammloch. Ey, Yoda, was ist das für ein Fraß? Das ist ja ein richtiges Schlammloch. Schlammloch? Wie ist das Schlammloch, mein Wurzelblätter? Hälst es dir! Ja, Meister Yoda, Sie haben richtig gehört. Ein richtiges Schlammloch. Schlammloch? Wie ist das Schlammloch, mein Wurzelblätter? Hälst es dir! Schlammloch. Ah, okay. Okay, ich nehme es zurück, Meister Yoda. Ah, hey Leute, man sollte sich wirklich nie mit einem wilden Yoda anlegen. Das hat man nachher ein blaues Auge, wie ich gerade. Oh, fuck. Ich sterbe. Entfuldigen Sie mich, Meister Yoda, aber das ist doch nicht lustig. Naja, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, Yodas legendärer Stock. Jeder wollte ihn mal berühren. Und jetzt sehe ich Yoda live mit seinem Stock in der Hand. Und da möchte ich Sie fragen, Meister Yoda, darf ich den Stock mal halten? Der hört mir! Okay, dann halt nicht. Macht ja nichts. Es ist ja nicht eine TV-Show, die... Schau? Habe ich jetzt Schau gesagt? Nein, ich meine, es ist ja nicht eine TV-Show, die da mit überall ausgestrahlt wird mit Yoda live. Aber naja, er macht sich selber peinlich. Also von dem her ist ja egal. Okay, Meister Yoda. Dann kommen wir auch schon zur letzten finalen Frage. Und zwar, was halten Sie von Ihrer Erzfeindseite, der dunklen Seite? Hm, die dunkle Seite, mein Herz aufs Wärmste erfreut. Was haben Sie gesagt? Die dunkle Seite erfreut mein Herz? Yoda, ich dachte, sie seien treu gegen den Jedi-Orden. Okay, ich glaube, Yoda ist ein Sith-Lord. Oh ne, hätte ich das nicht gesagt. Er zieht sein Lichtschwert. Hilfe! Ich muss flüchten. Adios. Ich komme bald wieder. Und bis zum nächsten Mal. Nein! 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 Nein!